Löwen sind wilde, gefährliche Raubtiere. Doch ihr braucht keine Angst zu haben. Dieser Löwe ist sehr nett und kann selbst mit den allerkleinsten im Kinderzimmer alleine gelassen werden. Den Link zu den Vorlagen findet ihr unter dem Video. Druckt die Vorlagen auf ein festes Papier. So entstehen beim Ausschneiden der Einzelteile die Schablonen. Für den Löwen braucht man folgendes Material. Ein Fotokarton in Schwarz und Rosa. Dabei sollte dieser Bogen eine Größe von A3 besitzen. Wollfäden in einer Länge von 6 cm. Hier habe ich mal einfach Knüpfreste genommen. Man kann sich die Fäden aber auch zusammenschneiden. Dann ein Filzstift in Schwarz, in Pink. Ein Buntstift in Weiß, ein Bleistift. Eine Bastelschere in Alleskleber. Und selbstklebende, ovale Augen mit einer Höhe von 1,8 cm. Und ein Buntstiftabrieb. Die ausgeschnittenen Schablonen habe ich nun auf das entsprechende Papier gelegt und mit einem Bleistift umfahren. Das gleiche habe ich bei dem Schwanzteil und dem Nasenteil gemacht. Das habe ich allerdings mit einem weißen Buntstift gemacht, damit man die Linien auch erkennen kann. Diese Ohrenstriche, der Nasenstrich und der Mund und die Augen, also wo die Augen nachher hinkommen, das muss ich jetzt nachzeichnen. Und zwar unter Druck. Die Linien übertragen sich so auf den unteren Karton. Das mache ich mal eben. Die Nase wird natürlich nachher aufgeklebt. So, hier drücke ich doll, dann weiß ich nachher, wo ich die Augen aufsetzen muss. Das gleiche mache ich mit den Krallen. Die Linien beim Gesicht zeichne ich mit einem schwarzen Filzstift nach. So, hier kommen gleich die Augen hin. Bei der Schablone habe ich hier einmal die gepunkteten Linien am Schwanzbereich. Das male ich mit dem pinken Filzstift schon mal nach, dass ich die Verbindungslinie gleich nicht vergesse. Und bei diesem Körperteil ist nicht wie bei der Schablone das Mittelteil ausgeschnitten, sondern es bleibt bestehen. Hier ist nur eine Positionierung, wo ich nachher rundherum die Fäden aufklebe. Diese Linie male ich noch auf. Da kann ich den Kreis nochmal, damit es gut wird, so hinlegen und so nochmal. Dann habe ich genau die Form, wo ich nachher die Wollfäden aufsetze. Ich habe die Einzelteile nun aus dem Fotokarton ausgeschnitten und die rosa Teile mit einem pinken Filzstift umrandet. Das gleiche habe ich mit den schwarzen Teilen gemacht, dafür habe ich nur den weißen Buntstift genommen. Und bei der Nase habe ich noch einen Lichtfleck so aufgesetzt. So, jetzt nehme ich mir mal als erstes das Kopfteil vor. Da wird als nächstes die Nase aufgesetzt. So, du Löwe, du brauchst auch eine richtige Nase. Und damit du deine anderen Kumpel gut erkennen kannst, bekommst du jetzt Augen. Selbstklebende Augen sind wirklich toll. Da braucht man nur die Folie abziehen und die aufsetzen. So, und damit der Geselle auch ein bisschen nett aussieht und lebensfroh, bekommt er noch mit dem Buntstiftabrieb rote Wangen aufgemalt. So, schüttel ich das Rest ein bisschen ab. So sieht das Löwengesicht aus. Bei dem Löwenkörper klebe ich zuerst das Schwanzteil auf. So, und dann folgen die Mähenteile. Ich habe schon ein paar Wollfäden aufgeklebt und zwar streiche ich immer ein Stück der Fläche ein. Nehme mir die Fäden und gucke, dass die so ein bisschen nebeneinander sitzen. Nebeneinander so. Und setze sie auf. Und drücke sie an. Das mache ich mit diesem ganzen Kopfteil. Die Mähne wird rundherum geklebt. So, nun hat der Löwe eine schöne wuschelige Mähne bekommen. Ich habe ganz viele Fäden aufgeklebt. Jetzt fehlt natürlich noch das Kopfteil. Und zwar, hier oben ist eine Kreislinie hier. Da muss das obere Kopfteil mit abschließen, damit nicht das untere durchscheint. So. Ich lege den Kopf mal eben hin. So, das passt. So, hier, wenn ich das festklebe. Nimm es nochmal eben etwas hoch. So, ich klebe das Kopfteil nicht ganz gerade drauf, sondern ein bisschen schräg. Dann sieht der Löwe etwas freundlicher aus. So, nun ist das Tier fertig. Gut gebrüllt, Löwe. Falls euch dieses Video gefallen hat, so abonniert doch meinen Kanal. Dann werdet ihr sofort informiert, wenn ein neues Video von mir erschienen ist. Tschüss, eure Angelika Kipp.